Hallo und herzlich willkommen beim allerneuesten Ultra HD Vlog. Jetzt lass ich kurz den Bildschirm schwarz werden und das Intro laufen. Yo, hi Leute, wir sind hier hart am vloggen. Hier wird so ein Scheiß auf mich projiziert da hinten. Übelst die Aktion. Krass, ich dachte ich lass euch dran teilhaben. Ich guck immer dahin, weil ich so ein hübscher Kerl bin. Aber eigentlich müsste ich dahin gucken. Ja, also wir waren vorhin, so war ich mit Maggie Kirschen essen. Und dann hat die kleine Anna angerufen und dann hat sie gefragt, wo wir hingehen. Dann haben wir gesagt, Kirschen essen. Und dann habe ich gesagt, ja, mit uns ist gut Kirschen essen. Das war lustig. Ey, Maggie, was sagst du dazu, dass du zwei Meisterbälle hast? War schon eine lustige Punchlein, oder? War eine lustige Punchlein, dem ist es so. Meine Füße riechen nach Alkohol. Jetzt musst du aber auch jetzt, du bist da aktionsfinster. Los, schnell, reagieren! Das ist jetzt deine Minute im Rampenlicht. Jetzt musst du heulen. Oh, Hilfe Leute, ich werde verfolgt. Hilfe. Überholt. Ok. Hakuna. Batata. Hip, hip. Hurra. Heil. Hitler. Ja, jetzt bin ich hier bei Peter. 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 Was geht? Aber ich bin eigentlich nicht Peter. Egal. Warum bist du heute hier? Ola. Weil wir mit der Klasse hier sind. Ok. Und sonst? Sag mal. Wie gefällt dir die Party-Metropole Nummer 1 zweimal? Ja, natürlich. Merkst du, wie das Publikum schon mit Flaschen läuft? Ja. Ja. Seh auf. Ey Mann, geil. War ein richtig gutes Gespräch mit dir. Warte nochmal hier. Das müssen wir nochmal sehen. Mach nochmal. Für die Kamera müssen wir nochmal Faust checken. Ja. Hier Product Placement unten. Drück mal auf den Affiliate-Link von Amazon. Kennt ihr das? Wenn große YouTuber einfach den ganzen Tag nur Scheiße machen und sich dabei filmen. Übelst Larifari unwichtigen Scheiß. Und es dann online stellen und dann kriegt das 3 Millionen Aufrufe. Ich kann es gerade richtig nachempfinden. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Aber es ist scheiße. Gold machen! Man sieht dich nicht mal. Hallo, du hast einen Mülleimer. Ja, da vorne ist ein Mülleimer. Ey, es ist richtig gut hier. So spontane Actions sind die besten. Schmitten 2010. Ultra HD Vlog. Ultra HD Vlog hier. Einfach mal angefangen auf dem Theaterplatz. Richtig guten Content created hier. Ey! Ist rausgefallen! Nochmal. Kennt ihr das Ding von früher hier? Die Flohkiste? Versuch's noch einmal. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir da vorne so ein Problem. Da wollte ein Mann hier so lang fahren und wir aber auch. Und da ist so ein Interessenkonflikt entstanden. Skillshot da rein, los. Du bist so schlecht. Du bist echt so schlecht. Es ist aber rausgefallen. Ja, und? Was passiert da jetzt? Nichts oder was? Es gehört uns nicht. Na und? Du hast raus. Los. Schnellflüchten. Oh, übelst guter Ultra HD Vlog. Übelst guter. Oh Gott! Alter Maggie, jetzt machen wir hier noch den Aktionsfaktor. Halt das mal kurz. Kannst du auch diesen Selfie-Modus machen wie ich. Pass auf. Einfach so, weißt du? Dass man denkt, okay, dahinten passiert vielleicht gleich was. Nächster auf. Wir Leute, klickt mal in der Beschreibung den Affiliate-Link. Das würde mir viel bedeuten. Da oben jetzt Skillshot. Achtung. Wenn was? Du musst vorher noch... Ist richtig. Könnt ihr das alle sehen? Maggie kann das besser als ich. Weil es eine Frau ist. Also das möchte ich heute vorstellen. Das schmeißt mir gleich durch den Ring da oben. Wir waren auch beim Antonio. Und er kommt halt direkt rein und guckt Maggie an und zeigt auf die Küche. Das war richtig lustig. Ja. Also er hat ihr halt den Weg zur Theke gewiesen, aber das war der gleiche Weg wie in die Küche. Das war lustig. So, hier, ich werfe das jetzt durch den Ring. Habt ihr gesehen? Hat geklappt. Hat echt geklappt? Ja, man hat das nur nicht gesehen wegen der schlechten Qualität. Ist richtig. Leute, der Vlog gefällt mir immer besser. Ihr wisst ja sicher, dass das Goethe-Schiller-Denkmal hier denkmalgeschützt ist. Aber ich bin so ein krasser Punk. Mich stört das nicht. Ich gehe jetzt hier dran sprühen. Ist richtig lustig. Hallo Leute. Hier beim Ultra HD Vlog. Ich dämme hier gerade. Content. Ich esse Leute. Ich hab die Leute gegessen. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Für die Endcard switchen wir jetzt in Ultra Mega Super HD. Maggie, machst du uns bitte die Endcard? Zeigst du uns, wo die ganzen Videos verlinkt sind und so? Ja. Ja. Ihr müsst wissen, sie war auf der Waldorfschule bei so... Ach du Scheiße. Bei so esoterischen Menschen. Da passiert sowas gerade ab und zu mal. Alter. Ja. Ja. Das war richtig Qualitäts-Content. Das war richtig Qualitäts-Content.